Hey, hallo allerseits, ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Prüfungen in Höllenklippe, das ist das Königreich dieser Woche, aber spielt eigentlich keine Rolle, außer, dass sie gerade dieses Team verändert haben und ja, dann gucken wir uns jetzt die Prüfung an. Prüfung 10 von Höllenklippe Level 200. Ja, dieses Team gibt es jetzt gegen dieses Team. Gut, wollen wir mal uns das angucken. Sehr schwer wird es wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch mal schön, wenn die Prüfung mal nicht so schwer ist. Zuerst mal die einzelnen Einheiten. Also, wir haben den versteinerten Golem, der lässt einen Edelstein explodieren und gibt für jeden zerstörten braunen Edelstein, also um diesen Edelstein, den man explodieren lässt, wenn es da braune herum gibt noch, für jeden eine Barriere. Ja, wenn man Glück hat und man findet einen Platz, wo vier braune Edelsteine sind, dann kriegen alle eine Barriere. Ist ja ganz nett. 50% reduzierter Schaden durch Schädel. Das haben allerdings viele Konstrukte. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Und das war's. Kann man gerne an Position 1 lassen. Position 2 habe ich Tschernobock gestellt. Ich will den aber gar nicht unbedingt auslösen. Der hat auch 50% Schadenreduktion und er beschwört einen ständigen braunen Sturm. Ein Staubsturm ist ein brauner Sturm und das ist wichtig. Wir haben also ständigen braunen Sturm. Den benutzt man eigentlich zum Mana generieren. Also der wird 10 braune erschaffen und dann das ganze Spielfeld explodieren lassen. Dann kriegt man auch 50% dieser braunen noch. Also das heißt, 5 braunes Mana garantiert und dann vielleicht noch mehr durch das Spielfeld und so weiter. Dann der Chalcedon. Das ist die sicherlich wichtigste Einheit hier drin. Er fügt nämlich einmal 67 Schaden in meinem Fall zu. Das kann bei euch weniger sein, je nach Magie. Aber das ist ja an sich nicht so viel Schaden. Doch er wird lupen. Und zwar ohne Ende. Und immer wieder. Denn er erschafft 3 braune Edelsteine verstärkt durch verbündete Konstrukte. Und da wir 4 haben und die Verstärkungsrate mal 3 ist, ist das schon mal 12 plus die 3. Also 15 braune Edelsteine. Zusätzlich zu dem braunen Sturm wird das bedeuten, dass man wahrscheinlich zu 80-90% einen Extrazug bekommt und gleich wieder am Zug ist. Und auch wieder voll ist mit Mana. Das ist also die Figur, mit der ich die anderen ausschalten werde. Die sollte als erstes voll werden. Ich will sie trotzdem ein bisschen geschützt haben. Deswegen habe ich den Tschernobock da vorgestellt. Aber wie gesagt, die ersten beiden löse ich eigentlich kaum aus und versuche den Chalcedon schnell voll werden zu lassen. Auch der hat 50% reduzierten Schaden durch Schädel. Und das war's. Und dann haben wir da noch den Klippenhund drin. Füge 2 zufälligen Feinden 58 Schaden zu. Auch ganz gut. Erschaffe 3 böse. Gargoyle Edelsteine kann vielleicht sogar interessant sein. Für jemand, der schlechte Werte hat, wäre das eine Möglichkeit vielleicht, das Todeszeichen beim Gegner raufzusetzen. Aber dazu müsste ich ihn auslösen. Und das bedeutet automatisch, ich muss meinen Zug abgeben. Das will ich eigentlich wiederum nicht. Ich glaube, ihn könnte man auch an Position 3 setzen und den Chalcedon an Position 4. Nur dann wird der Chalcedon vielleicht noch schwieriger sein, mit Mana zu füllen. Aber ja, das wäre auch jedenfalls eine Alternative. Auch der hat 50% Reduktion durch Schädelschaden. Und die Gegner noch kurz angucken. Es gibt den Nabassu. Der stiehlt einem Feinzehn Rüstung und fügt danach leichten Spritzschaden zu. Auch der hat natürlich 50% Schadenreduktion. Auch das hat der Adakit. Der fügt einem Feind Schaden zu. Und wenn er ein Boss ist, habe ich nicht. Dann mehrfachen Schaden und lässt 3 Edelsteine explodieren. Die beiden fügen also Schaden zu. Da ist mir lieber, dass der Adakit weggeht, als der Nabassu. Wegen des Explodierens noch. Aber beide machen Schaden und beide sind jetzt aber auch nicht so super gefährlich. Dann kommt der Stein-Zombie. Der Stein-Zombie verwandelt Steinblöcke in Gut oder Böse und lässt dann einen Edelstein explodieren. Völlig egal. Den kann ich an Leben lassen. Das ist völlig egal. Und Höllensteintor gibt Dämonen eine Barriere. Jetzt muss man mal gucken, welches ist denn hier ein Dämon? Der nicht, der nicht, der. Und er beschwört auch einen Stein-Mephid übrigens nach zu 25%. Das wäre auch ein Dämon. Also könnte der dem Unteren eine Barriere geben. Das ist es aber. Ja, immun, unempfindlich. Und das war's. Er kriegt einfach nur Rüstung. Also das sollte kein Problem sein. Ich mache deutlich mehr Schaden als der Gegner. Also gehe ich mal so in den Kampf. Natürlich habe ich Nische-Orden ausgerüstet. Das ist natürlich wichtig, weil wir Magie-Schaden machen und eigentlich nicht Schädel-Schaden. Na dann. Es müsste jetzt genug erklärt sein, dass es eigentlich kein großes Ding ist. Und ihr wisst auch, wie man spielt. Ist ja klar, man versucht erstmal den Chalcedon zu befüllen mit Gelb. Wenn Gelb nicht liegt, vielleicht Braun nehmen. Wenn auch Braun nicht liegt, na gut. Dann vielleicht Lila füllen. Wenn auch Lila nicht liegt, und das liegt auch nicht in meinem Fall, dann kommt halt irgendwas anderes. Jetzt Grün vielleicht. Hier ist Gelb. So, jetzt könnte ich mir überlegen, die erste Figur zu nehmen. Die lässt einen Edelsteine explodieren. Dann kriegen alle schon mal eine Barriere, wenn ich ein Vierer-Feld im Braun finde. Hier ist ein Dreier, hier ist ein Dreier. Oder ich mache einfach ganz normal weiter mit Mana sammeln. Schädel nehmen kann ich zwar, aber nutzt mir nicht viel. Immerhin mache ich, naja, 50% heißt 33 Schaden. Das ist jetzt auch nicht besonders viel. Da kann ich auch eigentlich den Schädel einstecken und lieber noch mehr Mana sammeln. Das mache ich, glaube ich, auch Braun und Gelb. Super, der Calcedon ist voll und jetzt sollte ich gewonnen haben. Denn ihr werdet sehen, was jetzt passiert. Den löse ich jetzt aus und spreche den auf die untere Figur. So, da habe ich ganz viel Braun erzeugt. Ich habe einen Extra-Zug bekommen, bin wieder voll geworden und bin gleich nochmal dran. Dann mache ich das gleich nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Es liegt so viel Braun, dass ich ziemlich sicher sogar einen Extra-Zug bekomme. Und nochmal. Und nochmal. Also, das wird leicht. Das ist wahrscheinlich auch die Taktik für die epischen Kämpfe. Ich soll halt meinen Zug möglichst nicht abgeben. Also muss ich hintereinander vielleicht 30 oder 40 mal oder 50 mal, wer weiß, später mal lupen. Aber das sollte auch trotzdem funktionieren. So komisch das klingt. Ich habe ja einen ständigen Braunsturm. Und dann fällt ja auch nochmal Braun nach. Und dann erzeuge ich eben 15 Braune noch zusätzlich. Das sollte also in der Regel reichen. Damit sind die zwei schon weg, die Schaden machen. Und jetzt kann ich mich um die anderen kümmern. Ich glaube, da ist mir der Erste noch wichtig, dass der vielleicht noch vorher weg ist. Ist aber an sich egal. Und wie ihr seht, das ist kein großes Thema. Wenn ihr wollt, könnt ihr zwischendurch theoretisch natürlich auch hier den Gargoyle nehmen. Wenn hier ein paar Gargoyle-Edelsteine sind oder sonst irgendwie sowas, kann man das dann explodieren lassen und so. Aber ich meine, das ist alles nicht nötig. Immerhin fügt er zwei zufälligen Feindschaden zu. Aber wozu? Ihr seht das ja, ich mache ja mit der einen Figur. Also genug Loops, dass ich immer wieder rankomme. Ja. Mal einen Fünfer zwischendurch genommen. Hey, cool. Was anderes gemacht. Also ihr seht schon, ich habe gute Laune hierbei. Es ist nicht besonders schwer. Und eines der ganz, ganz leichten Prüfungen. Ich hoffe, ihr findet es trotzdem schön, das zu sehen, wie man spielt. Aber wahrscheinlich war euch das ja eh klar. Ja, und dann habe ich schon auch gewonnen. Ja, was ist zu sagen? Also zu sagen ist wirklich, dass ihr das mit Nischeorden spielt. Das ist vielleicht ganz wichtig, weil ihr dann nochmal zwölf mehr Schaden macht, weil die Magie um zwölf sich erhöht. Und ich glaube sogar auch für Spieler, die noch kein hohes Level haben, sondern so im mittleren Bereich oder so Anfänger, ja weiß ich nicht. Aber es müsste auch als Anfänger klappen. Da müsst ihr halt nicht 20 Mal loopen, sondern vielleicht 50 Mal. Aber ihr seht, bei mir ist der Loop nicht einmal abgebrochen. Also die ganze Zeit hat das geklappt mit durchgängigen Loops. Das sollte bei euch vielleicht auch funktionieren. Und wenn es nur annähernd so funktioniert, könnt ihr sogar, ja vielleicht sogar als Anfänger da die Prüfung machen. Und bei den epischen Prüfungen muss man dann sehen, wie oft man da wirklich das Lupen braucht. Aber ja, das war es erstmal die normale Prüfung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Groß was Neues konnte ich euch diesmal nicht erzählen, weil das Team sich fast von selbst erklärt. Und ja, achtet vielleicht beim Gegner drauf, wirklich auf die Figuren zu gehen, die Schaden machen. Und wenn die beiden weg sind, dann kann es auch mal schief gehen. Und ihr habt eigentlich ja nichts zu befürchten. Das war es. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.